Hi! So! Willkommen zu einem neuen und ersten Let's Play und wie man unschwer erkennen kann ist es von Pokémon Smaragd nicht! Guck mal an! Es ist natürlich von Paper Mario Er hat schon Kretches gesehen Wie man unschwer erkennen kann Natürlich sind wir nicht Spanisch sondern Deutsch Oh mein Gott! Tu's nicht! Okay, bevor ich das sage Die Story ist natürlich wichtig Die ist wichtig, die werde ich nicht skippen Nimm Datei 4 Das ist immer ein gutes Zeichen Wie nennen wir uns bloß? Wir nennen uns GZV 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 Wir haben 25 Frames Oh! Es fängt an! Nicht! Das ist ja gar nicht 3D Natürlich ist das 3D Genau! Du hast mich voll verarscht Das ist volles Kack-Game Die Post ist da! Da ist auch schon Mario, unser Hauptcharakter Oh mein, du übertreibst immer Er bringt die Post zuhause Er bringt die Post zuhause Hey Luigi! Prinzessin Peach hat uns geschrieben Er bringt die Post zuhause Sorry Oh mein Gott Ich lese dir den wie vor, okay? Allzu gut, mal sehen! Ich kann nicht mehr lesen Ich gebe heute in meinem Schloss einen Empfang Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre euch begrüßen zu dürfen Viele Gäste aus Narrenfern Hoffen auf euer Erscheinen Ein prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwarten euch hier! Eure Daisy Peach Es wäre komisch Hahahaha Mit dem Huhu Boah, die Tür ist voll Ich gehe krass Ja, wir haben auch ein Text-Shop-Pack installiert, das alles hier 3D ist Ja 3D Text-Shop-Pack Wie schlecht Ich hab mich gar nicht Hallo Oh ja, hier ist noch eine zweite Person gerade gejoint Ehh, danke Ja, ich bin der Evan Und so begeben wir uns natürlich auch hier zu dem Empfang im Schloss Da ist voll der Puff Doch nicht Kann nicht leben Natürlich begegnen uns auch ein Haufen unnötige Toads Da ist voll schief, Alter Ach, das bin ich! Ja, du bist Luigi Der Controller ist abgefuckt Der bleibt von alleine Oh mein Gott Ist egal Ja Wo muss ich hin? Warte, das ist doch das Schloss von Super Mario 64, oder? Ne, nicht ganz Doch, das ist das Nein Ach, das ist das Schloss Das ist ne ähnliche Eingangshalle, aber ansonsten Da kann ich keinen Doppelsprung machen Weil das noch nicht geht Das geht noch nicht? Du bist so ein Spoiler-Schwein Er hat mir schon die ganze Tolle gespoilert Natürlich ist das das Schloss! Hier geht's doch jetzt! So, gehst du deinem Bomb-Om-Level? Ja, ich bin aufm Weg Aber er läuft so arsch langsam, weil es kack Mario ist Ja, du musst dich auch die ganze Zeit drehen, das verschnellert dich in diesem Spiel Oh, ich bin schon wieder runtergefahren Du bist ein Dreh dich mal! Ich versuche meine Skills zu zeigen Ne, nicht so, du hast ne Taste, womit er sich dreht Ah! Das ist Speed-Up Z Scheint sich nicht zu öffnen Okay, Speed-Up-Taste Die auch gar nicht am Schielen ist oder so? Ja, das ist halt wie Link, wenn er rollt und dann nur in eine Richtung Und dann erstmal stehen bleibt ne halbe Stunde Ja, aber das geht immer noch schneller als Laufen Ich wette mit, ich muss erstmal durch die große Sternentür Nein! Quatsch! Scheint sich nicht zu öffnen Peach, Peach ist bestimmt in so einer Küche Oh, sie... Oh, in der Küche Peach! Peach, bist du da? Peach! Guck mal im Ofen, ob sie grad gebacken wird Oh, Peach, Peach Was? Ich glaube nein Nimm dir ein Ei mit Na nicht Ist halt immer noch keins Die haben einfach das ganze Schloss umgetunt von Super Mario 64 Genau Einfach in Paper Mario Style Aber das ist ja 3D 2D, find ich voll interessant Bleibt das so? Ja, natürlich Wow, das ist doch voll awesome Boah, ey Spam mal den Typ da hinten zu, die Wache Nein, geh mal wieder runter jetzt Genau Spam die mal richtig zu Spam die mal richtig zu Das ist bitte so viel für mich, aber Die ist gerade... Die ist gerade nicht da Wie? Oh nein, auf keinen Fall Es ist nicht sehr höflich, ihre Räumlichkeit zu betreten, ohne sich vorher um Erlaubnis zu bitten, Mario Ich sagte nein, und das bedeutet nein Es ist ihnen nicht gestattet, hier einzutreten Ich sagte nein, und das bedeutet nein Es ist ihnen nicht gestattet, hier einzutreten Er hasst nicht schon Geh doch mal weiter, Sven ist so Sven ist so Sven ist nochmal so jetzt Warum? Soll ich jetzt schon wieder mit ihm reden? Ja Was habe ich davon? Aber... Oh, dann beeil dich aber Fass nicht an Ahhhh Ohhhh Ohhhh Da wäre ich nicht drauf gekommen Das ist schlimmer Sandhill, Alter In dem Raum gibt es aber auch nichts wirklich interessantes Es ist nur ganz cool Oh, ist sie am Duschen? Ein koscheliges Bett Es sieht aus als wäre es... Es wäre es... Wäre... Als wäre... Ja, der andere Kommentator ist leider kein Deutscher Die man leider... Ach so Ich bin Jude, tut mir leid Als wäre... Als wäre es... Schön, jetzt kommt die GEMA Und GEMA spät erst in der Video Eigens Dafür gemacht, dass daran die süßesten Träume zu haben Ich verstehe kein Scheißwort Eigens Einzel und allein TheFuck Deutsch siegen Ja Ach... Das war übrigens ein Witz auf seiner Schulnote Mhhh Boah ey, ich brauche erstmal ein Glas Popcorn Ja, ich würde ja gerne mehr kommentieren Allerdings ist der Spieler gerade etwas langsam Oh... Danke Danke Gerne, gerne Ich würde immer noch fasziniert wie er von alleine läuft Er läuft von alleine immer nach oben Jetzt spiel doch einfach Er kann sich gar nicht drehen auf die Treppen Boah, es wird dunkler Schattenwelt Nee, hier ist nur kein Fenster Oh Jetzt ist wieder heil Kann ich da rausspringen? Nein Kann ich das boxen? Nein, ist aber so ähnlich So ähnlich? Ja Kann ich da reindrehen? Kann ich da reindrehen? Kann ich da noch sehen in den nächsten 5 Minuten Okay Mach Bosa das alles kaputt? Oh Peach, lass mich raten Ich hab dir einen Kuchen gebacken Oh Bosa ist gekommen, friss dich Bosa kommt jetzt bestimmt angeflogen und macht alles kaputt, ne? Ich wollte gerade... Lass mich doch mal vorlesen Er nimmt sich sein Ultra-Heli und fickt alles Hier wird uns niemand stören Wollen wir ein wenig plaudern? Nur wir zwei Allein In meinem Bett Heute war ein sehr warmer Tag Warmer Tag Hört sich gar nicht schwul an Auf dem Balken Balkon Ist es sicherlich recht angenehm Leistest du mir Gesellschaft? Auf dem Balken Tut mir leid Oh, oh Jetzt kommt Gandalf Falsches Spiel Und nimmt das Schloss mit Das ist doch genau das gleiche wie in Mario Galaxy oder nicht? Das hat nicht genau das gleiche Intro? So mit Schloss wo das dann so rausfliegt und so? Okay Da wären wir Das ist Das ist Bosas Castle Unter dem Unserem Castle Was er gebaut hat Als wir in unserem Castle waren Er hat einfach ein Schloss gebaut Weil ich so langsam war die Treppen hochzulaufen Mit riesigen Kugeln dran Die sind sehr schmuckvoll finde ich Ja So Kleine Mikrofone Wie findest du eigentlich so das Fenster? Ist dir was passiert Mario? Was in aller Welt war das? Schatz Schatz Die GEMA wird das Video so ficken GEMA Ja Das ist doch noch L L Wieso sind da drei L? Hell 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 schreib mal mit Doppel L Du siehst doch noch So ein Wussel Herrlichter Tag Entschuldigung Oh mein Gott Oh mein Gott Bosa wie unerwartet Guacamole Lange nicht gesehen Prinzessin Peach Ja Gefickt wieder ein Mikro kaputt Oh er ist durchs Fenster gesprungen Ich hab's verpasst oder? Bosa Das kann nicht sein Was du ist der Diäte Er der Himmel hat sich da nicht Ich kann nicht lesen Die Äte Was hast du Was hast du getan? Ich bin Mario Und Bosa Oh mein Gott Ja das war Ich hab den Palast in den Himmel entschweben lassen Oh Gott Er spricht so richtig hart Ja das will Wuh Ähm Ja mit hast du nicht gerechnet Ach Ey net Du bleibst Ja der Palast Oh Gott Ja der andere Kommentator ist leider komplett am abkacken Ich kann's eigentlich nicht verstehen weil er ist sonst so professionell mit seinen 20k an Abonnenten Oh mein Gott Unglücklicherweise wirst du diesmal genau gar nichts tun können Du hast deine Lektion wohl immer noch nicht gelernt Bosa Du wirst Mario niemals besuchen Warum gibst du nicht gleich auf? Das ist schon wahr Ich hatte früher Inspezieren Oh mein Gott Mario du kannst es schaffen Hitler Oh mein Gott ist das so Final Fantasy Style Kein Stück Natürlich Aber abwechselnd ich bin dran Ich bin dran Möchte Bosa treten Das ist Actionkommando Du musst auch zugleich eigentlich A drücken Kurs bevor du landest damit du doppelt hittest Und hat das auch A drücken müssen um zu kontern Äh Es ist also auszuweichen Also ich muss jetzt doppelt A drücken und spamm ich's einfach Schlecht damit will es nicht funktionieren Oh wie schlack Warte jetzt Und Pam Oh Timing ist aber nicht so deine Sache oder? Ich weiß noch nicht wann er angriff Guck mal ja Ja man Ja genau Am besten jetzt schon Oh mein Gott Wie kannst du den so treffen? Wie kannst du den so treffen? Gute alter Mario immer in deine Nähe Hoppla Hoppla Sieh dir das an Sieh 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 was ich Ich wollte das lesen Das interessiert die Leute Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht jeden kleinen Wunsch zu erfüllen Er redet von seinem Cock Find ich nicht Mach einfach Aber lass mich raten wir müssen wieder Powerstars sammeln Wollte den Arsch versorgen? Er rage wieder Guahahahaha Wie gefällt dir das? Mahari Ich hab extra original Stimme genommen One hit kill Als ob Als ob Vorsicht Guahahahaha Ist das alles was du kannst? Du kannst wie ein Mädchen Das hat garnit Das hat garnit Wieso? Das hat garnit weh getan Ähm Nöööööööööööööööööööööö Geht ihn los Pam Er macht jetzt n 10 HP Hit und wie sich jeder denken kann Ist das unvermeidlich Geht zu sterben Wie ich mir dachte Mario ist für mich Wie für Wie ich mir Es gibt einfach den Text Ist doch egal 10 HP Tschüss Oh Killer Hit Komisch dass er den Endkampf nicht mehr usen kann Weil da hat er ihn irgendwie verlernt Ja die Spoiler mir jetzt schon den Endkampf Sehr gut Soweit willst du auch kommen Mario steh auf Geht nicht ich bin von Oha Oha Ja Ja Ich hab es geschafft Endlich hab ich meinen Erzfeind Mario besiegt Ja Etwas mehr Gefühl über mir bitte Er freut sich doch nicht ich guck ihn dir mal an Ja Ich gratuliere euch zu eurem Sieg Meister Eure Botschaftlichkeit Ihr seid ein würdiger König Solange ich den Sternstapel sind Niemand kann mich jetzt noch aufhalten Nun gut Gut Na Ich glaube es ist an der Zeit Mario zu entsorgen Dümter Er kann Er kann Er kann Ohnehin kein Schaden mehr anrichten Er kann ohnehin keinen Schaden mehr an Richten Instant kill Er fällt jetzt aus der Burg raus Und wir müssen gleich die Brunenranke wieder hochklettern Nicht Ohnein Mario Nur Mario überlebt das Wird Peach jetzt hinterher springen Die wird sterben Natürlich nicht Denn hier ist ja jeder aus Papier Das ist ja ein Sein automatischer Fallschirm Richtig Ernsthaft Ja Warum spricht Peach da nicht hin her Wie dimm muss das sein alter Sie hat ein Kleid Oh ja und Mario könnte ihr dann auch keine Bock und das will sie nicht das Flehen der Stasis was zu spammen wir machen hier kein Sweeterunner aus oh professionell Prozent man auch im Lachen bleibt es kann das ist die Morte Morgon das Morte in Mischen Morgon es sei leise und wenig diese Katze wir müssen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 7 7 Sterne müssen zusammen weil jetzt alle verschwinden und dann müssen die Widerspruch Prozent Prozent wir haben doch Mario Magie Magie das war Mario Mario das ist ein Vorhaber jetzt sieht man natürlich schon direkt das Anscheinenden Gegner angehört als wäre hier jemand vom Himmel geplumpst allerdings ist dieser Gumba freundlich gesinnt wer mag das sein es handelt sich dabei um Gumbrina das rote Helm, diese Mütze und der Schnurrbart der Schnurrt immer dabei tut mir leid sieht fast so aus als wäre das der einzig wahre und echte Mario das kann nicht sein oder? der echte Mario hey hey wach auf komm schon auf los oh nein er rührt sich nicht besser renne ich im Kreis oh was soll ich nur tun weiter im Kreis rennen Papa, Goomba, Goomba hm jetzt wird sie bestimmt von Goomba ist aufgezogen so ähnlich da ist auch schon im Haus von den Minich von den Minich Cap den Minich, Minich Cap ich hoffe du Spam, ich wollte das sehen ja dann muss ich jetzt mal Pause drücken ja genau Videobuffer hm hm da Gomas Auge im Hintergrund als Fenster oh Mario oh Mario ich bin froh dass du endlich wach bist du warst der Tag du warst seit Tagen ohne Bewusstsein alle waren krank vor Sorge um dich dieser Ort hier das Goomba furt ein furt oh mein Gott was ist so lustig ja folt klingst wie vor ha 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 ein kleines Toad westlich von Toad Town boah wie einfallsreich die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie von Goombas diese Goombas sind die nettesten Leute die du dir vorstellen kannst deswegen zertrummert er sie immer die haben dich gefunden als du bewusstlos im Wald lag nur haben sie dich hergebracht um dich zu pflegen Spul vor Wie weit ein Stär... Nein, ich kann nicht unterfragen. Was hast du gesagt? Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ein Stärschnuppe. Wer weiß, die Goombas. Ach so. Ja, ich gehe da mal gucken. Ich werde direkt finden, wo ich hin muss, weil ich spiele das schon seit sechs Jahren. Lass mich spielen. Lass mich jetzt spielen. Wo soll ich wissen? Was hat er jetzt gesagt? Ich weiß gar nicht, was die Story ist. Erklär mir mal die Story. Das Erdbeben hat... Hast du die Erschütterung gefühlt? Und jetzt besteht kein... Ja, das... Jetzt kommentiert doch mal. Ja, wir gehen jetzt in das wahrscheinliche Goomba-Haus, wo zwei Stühle drinstehen und alles aus Holz ist. Wenn ihr das sehen könnt. Wir sind jetzt in einem Baumhaus-Goomba-Haus. Wir sprechen jetzt wahrscheinlich den Großmeister Goomba an, der Opa. Oh, Mario, du bist endlich aufgewacht. Gut. Ich wusste, du würdest dich wieder aufrappeln. Nenne mich Goomba. Oh mein Gott, ist das schlecht. Goomba. For real? Oh. Okay. Nenne mich Goomba. Ja. Und das ist Goomba, oder? Nein? Schade. Die Tür ist aus dem Boden gefallen. Ich dachte, klappt das sofort unten nach oben, so? Papier. Oh, Papier. Wir sind in einem Bilderbuch, oder was? Okay. Das ist das Bilderbuch von Yoshi's Story. Das ist die Story. Von Puh, was für eine Arbeit. Entschuldige, dass ich so lange warten muss. Das Tor ist nun repariert. Oh, ja. Folge einfach dieser Straße. Sie führt direkt nach Toad Town, wo auch der Pilzpalast steht. Ich glaube, der Sternstuppengipfel findet sich jenseits des Platzlatus. Schade, dass du dich bleiben kannst. Was ist das für ein ekliges B? Komm mal wieder zu Besuch. Ich wünsche dir viel Glück. Hei 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 hei. Oh Gott. Jetzt wird Goomba Town zerstört, und wir müssen die Goombas wiederfinden. Bla bla ha bla. Mario, ich kann dich nicht glauben. Ich kann dich nicht. Du bist... Ich bin gekommen. Was? Eigentlich, du freches... Ich wünsche... Mario, du bist be Од nicht. Macht keinen Sinn. Macht nichts schlimm. So, jetzt wird er zb-matched. Wo, da ist Hitler-Goomba. Schau mal. Hast du gesehen? Ich bin her, ich bin her, Mario. Jo 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 jo! Er ist weggefloten. Das Tor war fotografiert... Oh, er hat gerade das Tor repariert, und jetzt ist das Tor wieder sudah manches. Er raged voll. Weil er muss das mit seinen Füßen machen, zwei Jahre lang, weil er keine Arme hat. jetzt nur so eine Kartoffel mit Beinen hauptsache Schnurrbart hat er sich wachsen lassen ein S wir kriegen jetzt unsere Kohle wenn du dich speichern ok dann war das jetzt wahrscheinlich schon unser erster Part von unserem Let's Play und wir werden jetzt aufhören und uns in einem neuen Teil wiedersehen weil die 15 Minuten bestimmt schon um sind und ich sonst zu lange aufnehme nichts geladen what the hell was passi ok dann fallen wir da jetzt runter und genau da machen wir dann in unserem nächsten Part weiter